Ja, danke Jessica. Sehr lieb von dir. Oha. Und Leute, wenn euch der Stream gefällt, dann würde ich mich übelst über einen Follower freuen. Den ihr mir da lassen würdet. Aber wenn nicht, trotzdem vielen Dank, dass ihr mir zuschaut. Aber, ne, wäre schon schön. So, egal. Okay, die Frage ist... Eine Sekunde, ich muss mich mal wieder umsetzen. So, da bin ich wieder. Die Frage ist, wohin geht das als nächstes? Wir müssten noch normalerweise 55% haben von der Kernschmelze aufgehalten. Eine blaue Karte. Alter, hier schaut es aus. Das ist schön, ich will mal schön. Einen kurzen Schluck trinken. Und dafür werden wir einen Paradigmenwechsel herbeiführen, und die wir entscheiden, die zu überführen. Na schön. Rüstung finde ich sehr, sehr nice. Diese Rüstung da oben allerdings finde ich noch nicer. Dass die immer aus dem Nichts auftauchen, ist ein bisschen fies. Einen Moment mal, hier waren wir schon. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Nein. Vielleicht von hier? Oha. Ich dachte schon, wir springen in unseren sicheren Tod. Na gut, da komme ich jetzt mal nicht so schnell hoch. Okay. Ich glaube, wir haben hier vorne noch einen Durchgang. Eventuell können wir jetzt den benutzen. Na. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Na. Wirst du wohl. Böse. Okay. Ziemlich fiese Viecher. An einem ruhigen Ort, wenn wir mal Zeit und Lust haben, würde ich mir mal gerne auch die Beschreibungen von diesen Viechern anschauen. Okay. So. Außer. Wir hatten keine Autorität. Haben wir die dann jetzt? Oh. Ich meine jetzt. Nein. Okay, das bedeutet, wir kommen hier noch nicht rein. Hier ist es versperrt. Da komme ich nicht drüber, oder? Soll ich es wagen? Nein. Ich glaube, da müssen wir noch nicht hin. Und warum kann ich nicht rennen? Rennen wäre auch schön. Na gut. Uns wird ja noch ein Ziel angezeigt. Und zwar hier vorne. Ich glaube, auf der rechten Seite konnten wir nämlich auch noch nicht hin. Vielleicht jetzt. Na, 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 na. Au, 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 au. Oha. Wo ist er hin? Alter. Na, wirst du wohl. Alter Schwede. Du hässliches, riesiges. Ein Waffenpunkter halten. Ich weiß nicht, warum. Aber, normal, einen Moment mal. Gibt es da extra Waffenpunkte noch? Nein. Weil wir haben gerade wieder einen Waffenpunkt erhalten. Und ich weiß nicht, warum. Okay. Also hier vorne, was glaube ich, auch noch verschlossen. Und wir haben fast keine Munition mehr an der Schrotflinte. Vielleicht ist es ja jetzt offen. Nein. Hier. Es wird doch direkt angezeigt. Äh. Oh, okay. Na dann. Hup. Buh, 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 buh. So. Na, wirst du wohl. Wirst du wohl. Hup. So. Das wäre er gewesen. Buh. So. Ich bin sehr froh über unser Zwiefernrohr. So. So, 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 so. Oh, falscher Knopf. Natürlich. Okay, aus dem Weg. Hier kommt Papa. Immer noch keine Munition. Das gibt es doch nicht. Oha, wir müssen ein bisschen aufpassen. Lebenstechnisch sieht ein bisschen schwierig aus. Was ist das denn für einer? Oha. So, au. So. Jihah. Blutnester zerstören. Und da war es nur noch einer. Die monische Bedrohung reduziert um 75%. Na, das hört man doch gerne. Noch ein bisschen mehr Munition wäre auch schön. Okay. Oh. Na, wenn man, ne? Äh. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da wieder hoch? Wenn ich jetzt hier drauf springe, komme ich, glaube ich, nirgendwo mehr hin. Eventuell. Uns fehlt noch ein Geheimnis. Irgendwo muss hier doch ein Geheimnis rumliegen. Aber die wichtigere Frage ist, wie kommen wir wieder nach oben, nach unten gehen, ging ja. Aha. Hier, eventuell. Ähm. Oh, ist ja gut. Lebenshappen. Und ich glaube, hinter uns höre ich auch noch was. Boah, das ist so fies mit dem Headset. So. Ich sehe die einfach nur als Häppchen an. So. Okay. Die Frage ist, welche Richtung? Diese ist es, glaube ich, nicht. Ui. Panzerung. Sehr schön. Die Effektivität der Panzerungaufnehmung wäre noch interessant. Oh. Okay. So, die Kernschmelze müssten wir eigentlich fast haben. Ist ja gut. Ich komme ja schon. Äh, okay. Nein! Oh je, 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 schnell weg hier. Wo ist er hin? So. So. Und wo ist unser Typ? Leck zu gehen, von ihm. Hehehe. Glorikill, überglorikill, das finde ich schön. So, ich glaube, hier oben, da sind wir jetzt wieder. Gibt es noch eine mittlere Ebene, vielleicht? Vielleicht. Eventuell. Aber da ging es auch noch weiter. Oha. Ganz schön groß. Ich will da rein. Ich glaube, da müssen wir einmal außen rumlaufen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier, wir können nicht rennen. Ich finde das schade. Dass man nicht rennen kann. Ich glaube, einmal hier rein und dann einmal im Kreis. Ich möchte da wirklich gerne rankommen, eventuell. Äh, ja. Nein, nein, das sieht nicht alles gleich aus. Das sieht nicht alles hier total rätselhaft gleich aus. Äh. Hier lang. Hier lang. Und wahrscheinlich sind wir hier komplett am Anfang. Ja, wir sind wieder komplett am Anfang. Na gut. Was willst du denn machen? Sieht doch alles gleich aus. Ich habe doch kein Navi dabei. Nein! Äh. So. Und so. Ich glaube, hier geht es in eine Sattgasse. Nein, hier geht es nicht in eine Sattgasse. Okay, dann einmal hier hoch. Ich glaube aber, irgendwo hier könnte es den Weg zu diesem toten Kollegen geben. Der nicht hier liegt. So. Einmal Panzerung. Entschuldigt. Das gehört aber manchmal dazu, ne? Dass man sich verirrt. Dass man suchen muss, wo man hin muss. Ich denke, das kennt ihr ja selber. Aber das kennt ihr selber auch. Nee. Dezent. Frustrierend. Ja. Waren wir da schon mal? Äh. Ich glaube nicht. Na? Okay. So. Aber wir sind immer noch weitere Gegenstände zum Abholen. Na? Nein, na gut, wir haben die Panzerung gefunden. Nein, wieso habe ich die aufgenommen? Okay, ich komme mal kurz hier rüber, ohne runterzufallen, bitte. Okay. Nein. Oh, ein bisschen der ist auf der anderen Seite. Boah, verflucht! Muss man vielleicht von oben runterfallen? Damit man zu dem kommt, aber es sah so aus, als könnte man... Es sah so aus, als könnte man irgendwo von der Seite her hinkommen. Hier, von rechts. Also irgendwo auf dieser Ebene muss man hinkommen. Die weitere Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Vielleicht einfach mal Richtung Ziel laufen, wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht hier? Oder hier? Oder hier? Nee. Nö. Nö, nö, nö. Oh, oh. Dungeons. Dungeons. Na gut. Ähm. Ähm. Auf der höchsten Ebene vielleicht weiter? Ich würde da so gern hin. Na gut. Hier wird sogar noch unser Ziel angezeigt. Ah. Boah, das ist so fies. Das ist so verwirrend. Ich, äh... Ich bin verzweifelt, Leute. Ich weiß nicht, wohin. Ich hab mich verfranst. Hier runter, schätzungsweise nicht. Vielleicht von hier oben, dann hier runter. Schätzungsweise nicht. Hier runter kommen wir auf die nächste Ebene. Ähm. Von hier vielleicht? Hier oben? Hier gibt's auch nichts. Hier kamen wir auch her. Ach, na gut. Okay. So. Mal kurz orientieren. Alter, gibt's hier viel? Hier gibt es so viel. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, aber ich glaub, wir haben einen Durchgang noch nicht gesehen. Oh Mann. Okay, jetzt. Minimap. Minimap, 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 Minimap. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Muss er doch sein. Ja, natürlich. Irgendwo durchcrouchen. Da unten war er. Ich hab ihn gesehen. Hehe. Eine Sekunde. So. Okay, ein Waffenpunkt wenigstens. So, ein geflashter Sammler aus Herausforderungen bestanden. So. Das Problem ist. Uh, gründlich muss man sein. Schön. Also, das Navi zeigt uns an, wir müssen geradeaus. Dann machen wir das mal. Bessener Techniker. Okay, wir müssen ganz lange geradeaus. Das heißt, hier durch, aber hier kommen wir doch nicht weiter. Aber. Ah, eine verschlossene Rüstung. Okay, vielleicht von links. Die Tür links ist offen. Okay, hier gibt es keinen Durchgang. Aber wir können von hier aus hin. Und ich wage es diesmal wirklich. Huppa. Diesmal wird gesprungen. Okay, ich glaube, hier müssen wir hin. Okay. Okay. Jo. Oder. Oder nicht. Nein. Ich bin super zurückgelaufen. Ja. Doch. Ich bin komplett zurückgelaufen. Hab ich gut gemacht. toll. Also, ich bin gerade manos. Alles, was soll ich sagen. Tschüss. 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 Wahrnein. Tschüss. Vielen Dank.